Und was sagt die Zeit? 28.46 Uhr, da hat sie eine Gesamtzeit von 57.51 Uhr. Und hier haben wir die Startung von 88, das ist die Franziska Schiff vom Schied- und Künzelsau. Aus der Kurve schon raus, im unteren Bereich, kommt ins Ziel und hat eine Zeit von 28.29 Uhr. Und schon hier oben.